Andere Politiker, die twittern Downing Street Nummer 10, also das Büro des britischen Premierministers, auch 1,4 Millionen Leute, die sich das anschauen. In Österreich nicht sehr viele, Hannes Roboter hat damit logischerweise im EU-Wahlkampf begonnen, macht es aber nach wie vor weiter. Es hat eine relativ begrenzte Öffentlichkeit, wie sie sehen, 439 Menschen lesen das regelmäßig mit. Einer der interessantesten, inhaltlich und vor allem einer der aktivsten, ist Christoph Korherr von den Grünen, immerhin mehr als tausend Abonnenten, sehr aktiv dort, vor allem sehr aktiv auch in Debatten. Aber wo Sie vielleicht das erste Mal, was die meisten von Ihnen etwas von Twitter gehört haben, das war vor ein paar Monaten, als es im Iran die Wahlen und diese Demonstrationen gab und da ist Twitter tatsächlich zu einem Massenphänomen und zu einem Massenmedium auch geworden, weil es eine der wenigen Möglichkeiten war, aus dem Iran in Echtzeit Nachrichten herauszubringen. Und das hat dann so ausgeschaut, dass innerhalb wirklich weniger Sekunden und weniger Minuten da wahnsinnig viele Meldungen kamen. Sehr, sehr, sehr interessant. Und das große Problem, dass Sie natürlich überhaupt nicht wissen, von wem das geschrieben wird und wie zuverlässig das ist und ob das überhaupt echt und wahr ist oder ob das gelogen ist. Es war aber für mehrere Tage hinweg nahezu die einzige Informationsquelle aus dem Iran und es kamen wirklich unzählige Dinge. Sie können eben auf Twitter auch so eine Suchfunktion eingeben und wenn Sie dann nach Iran in Election gesucht haben und Leute, die aktiver twittern, wissen das, dass wenn Sie wollen, dass man Ihre Dinge findet, dass man dann so ein Stichwort dazu schreibt. Da vorneweg mit diesem Rautenzeichen und dann ein Stichwort dazu. Und wenn man das beobachtet und sieht, viele Leute schreiben zu Iran in Election mit diesem Stichwort hinten drauf und Sie wollen auch bei dieser Debatte teilnehmen, hängen Sie dieses Stichwort hinten dran. Kostet Sie dummerweise zwölf Zeichen oder habt Sie das nicht nachgezählt? Also es ist noch kürzer beim Twittern, aber da ist ein Text abgezogen und das kann dann gefunden werden und Sie können hier Live-Debatten im Internet verfolgen. Ganz, ganz spannende Geschichte. Dieser Mann, man nimmt an, dass es ein Mann ist, man weiß es nicht, ist berühmt geworden während der iranischen Demonstrationen und rund um die Wahlen. Purschen, Kiwi galt als der zuverlässigste Twitterer aus dem Iran, hat so viel gemacht und auch sehr viele Dinge geschrieben, die überprüfbar waren. Und das, was Sie da sehen, ich habe die Seite erst vorgestern runtergeladen, das letzte Tweet ist vom 24. Juni und man weiß nicht, was aus Purschen, Kiwi geworden ist. Neben dieser sehr nützlichen politischen Funktion wird aber Twitter sehr viel eben von Prominenten benutzt, von Celebrities, vor allem wieder auch in den USA. Harry Silton, 750.000 Dinge, also eben so können Sie Ihre Twitter-Seite auch gestalten, nur um Ideen zu liefern, wenn Sie dann alle heute nachmitteln oder Twitter beginnen. Lance Armstrong, der Radfahrer, hat eine sehr gut besuchte über zwei Millionen Abonnenten. Elizabeth Taylor, nicht mehr die allerjüngste, also nicht mal unmittelbar die Internet-Generation. Elizabeth Taylor hat letzte Woche die Internet-Gemeinde damit fasziniert und beschäftigt, dass sie über ihre Herzoperation sehr viel getwittert hat. Hat ihr überhaupt bekannt gegeben über Twitter, dass sie eine Herzoperation hat? Er ist nicht mehr ganz jung, also das ist schon nicht mehr lustig, also grundsätzlich nicht lustig, Herzoperationen zu haben, aber in dem Alter noch weniger. Und hat da ihre Fangemeinde damit verständigt und informiert. Für sehr viele Celebrities ist Twitter ein Instrument, um an Massenmedien vorbeizukommen, wo sie sagen, sie können ganz authentisch und nur wie sie wollen mit ihren Fans kommunizieren und sie müssen sich darauf verlassen, dass Interviews, die sie in Zeitungen oder anderen Massenmedien geben, genauso wiedergegeben werden, wie sie wollen und dass da nicht genau das rausgenommen wird, was ihnen am wenigsten wichtig war, sondern als völlig authentische Kommunikation, etwas, das so nicht möglich war, weil vor 20, 30 Jahren hätten sie noch eine eigene Zeitung gründen müssen oder einen Newsletter herausgeben oder was, jetzt brauchen sie sich nur da anmelden und es bekannt machen und jeder Mensch, der sich für sie interessiert, kann da mitlesen. Aber es gibt dann eben auch Supermanager, Richard Welch, der ehemalige Chef von General Electric, auch immer in fast einer Million Menschen, die das mitlesen, Wissenschaftler wie Jeff Jarvis, sehr bekannter amerikanischer Medienexperte und sehr, sehr viele Journalisten. Also Twitter ist ein Medium, das unter Journalisten sehr populär ist. Howard Kurtz ist der prominenteste amerikanische Medienjournalist, arbeitet bei der Washington Post oder David Gregory, der in den USA, jene Sendung macht, die das Vorbild für die Pressestunde und für ähnliche Sendungen auf der ganzen Welt war. Auch 1,3 Millionen Leute, die das lesen. Aber es twittern auch sehr viele Redaktionen. Sie können Zeit Online abonnieren oder Spiegel oder in Österreich zum Beispiel die Schlagzeilen des Standard. Hier passiert nicht viel Interaktion, also hier passiert überhaupt keine Interaktion, sondern hier bekommen Sie einfach einen Schlagzeilenservice, so wie Sie die drei SMS auf Ihr Telefon abonnieren können. Und Sie können das eben nicht nur auf Ihrem Computer lesen, Sie können das auch auf Ihrem Handy lesen, wenn Sie einen Internetsugang auf Ihrem Handy haben. Und auch in Österreich machen das relativ einige Journalisten schon, zum Beispiel Corinna Nielbaum vom Format und Club2-Moderatorin, eine der aktivsten Twitter-Nützerinnen in Österreich, nicht gerade jetzt, da war sie jetzt gerade früher, aber grundsätzlich schon. Oder sehr interessant, Alex Boschowski, Börsenexperte, Herausgeber oder Chefredakteur des Börsenexpress, sehr interessant, wenn man sich für Wirtschaft und für Börsenexperte interessiert. Oder seit Kürzestem, ich glaube der älteste Twitter-Wunter ist der Journalisten Andreas Unterberger, eben gekündigter Chefredakteur der Wiener Zeitung, hat sich jetzt auf Twitter verlegt, hat erst am Sonntag begonnen, also vorgestern, und hat doch nicht sehr viele Follower, aber das wird schon wachsen. Hubert Zickinger, ein österreichischer Politikwissenschaftler, hochinteressant, soweit ich weiß, der einzige Politologe, der momentan tweetet, wenn sie sich für politikwissenschaftliche Analysen interessieren, wahnsinnig interessant, vor allem er kommuniziert auch sehr viel, er beantwortet sehr, sehr viele Fragen, ganz, ganz spannend. Was ist die Entwicklung der deutschsprachigen Accounts? Ich habe keine Statistik gefunden über dritte Accounts in Österreich, aber es ist wahrscheinlich relativ zuverlässig, wenn sie die Zahlen einfach durch 10 dividieren, also von den 240.000 sind wahrscheinlich etwa 20.000 bis 25.000 in Österreich. Und das ist nur die Entwicklung seit Mai. Also seit Mai hat sich das mehr als verdoppelt. Das ist wirklich ein Medium, das sich ganz, ganz rasant entwickelt. Und ich hatte das Glück, dass ich eingestiegen bin, ganz kurz vorher. Das war mein erstes Tweet am 13. Februar. Und ich bin genau in diesen deutschsprachigen Twitter-Boom hineingekommen. Und das hat bei mir den Vorteil, dass fast jeder oder relativ viele Leute, die sich neu anmelden, fast automatisch meine Tweets abonnieren, was ganz angenehm ist, weil ich doch habe jeden Tag ein Rad dazu. Und ich verwende das auf sehr, sehr viele verschiedene Arten. Also nicht nur, dass ich relativ viele Sachen aus der Redaktion über die ZIP 2 vertwittere, sondern ich nutze es vor allem auch zur Kommunikation und auch als Recherche-Instrument. Zum Beispiel, wenn ich einen Studiogast habe, frage ich nicht selten die Leute, die da auf Twitter mitlesen, was sie denn interessieren würde. Also jetzt werde ich an sich nicht dafür bezahlt, dass ich mir die Fragen ausdenke. Und ich glaube, ich kann das auch halbwegs. Aber ich mache die Interviews auch nicht zu meinem Privatvergnügen, sondern für die Zuseher. Und dann finde ich sehr spannend, was Zuseher so interessiert. Und da kommen dann innerhalb von zwei Stunden, 50, 60, 70 Antworten daher. Das allererste Mal habe ich das verwendet in einer echten Notsituation, die die Konstantini, die die Nationaltrainer bestellt, vor allem zu zwei Studien, und ich bin völlig ahnungslos. Also mein Fußballinteresse hat aufgehört, 1977 oder 78, als Wacke Innsbruck noch sehr erfolgreich war. Und ich glaube, Herr Konstantini da auch gespielt hat. Und weil die anderen, von Herrn Concilia bis zum Bruno Betze, und ich glaube, Cordoba war das letzte Fußballspiel, das ich live im Fernsehen gesehen habe. Und solche Dinge stressen mich total. Ich habe keine Ahnung, was ich den Herrn Konstantini fragen soll. Und das war wirklich nützlich. Da kamen sehr, sehr viele Ideen. Und immer wieder verwende ich dann solche Fragen auch tatsächlich in Interviews. Also wie der Albertina, der große Regeneinbruch war im Frühjahr. Der Walter Kröpchen, ein bekannter österreichischer Blogger und Musikproduzent, mir diese Frage geschickt. Die fand ich großartig. Und die habe ich dem Herrn Schröder auch gestellt. Und das war auch tatsächlich der Höhepunkt des Interviews. Ich verwende es tatsächlich, auch um zu recherchieren. Zum Beispiel war Eva Glavischnig vor dem EU-Wahlkampf, und zwar wenn ich lange vor dem EU-Wahlkampf im 2.2-Studio. Und ich wollte sie befragen zur Kandidatenliste der Grünen. Und diese Kandidatenliste war aber nirgendwo öffentlich zugänglich zu finden. Und ich habe dann was verkwittert. Wissend auch, dass unter Grün-Affinen natürlich tendenziell eher mehr Internetnutzer sind. Die Wählerschaft ist eher jünger. Die meisten Politiker in Österreich klittert sind Grüne. Also meine Hoffnung, dass da jemand was wissen könnte, da hat das gut. Und tatsächlich kriege ich zehn Minuten später ein E-Mail mit dieser Liste. Und das war schon sehr praktisch. Es gibt immer wieder auch Diskussionen auf Twitter mit Menschen, die das lesen. Also wir hatten an seinem Amoklauf einen Studiogast. Und ich habe verkwittert, wer da ins Studio kommt. Und dann fragt eben einer, wäre nicht Thomas Müller? Immerhin wird es dann auch möglich. Und ich versuche dann zu erklären, warum wir ihn nicht einladen. Und ich benutze es auch immer wieder, um Feedback zur Sendung zu kriegen. Also ich habe einmal die Frage gestellt auf Twitter, was könnten wir an der ZIP 2 besser machen. Und da kamen wahnsinnig viele Reaktionen. Und das war ganz hochinteressant. Auch sehr viel freundliches Lob. Also das war schon sehr interessant. Und das bringt letztlich genau das, was ich mir davon erhofft habe. Also zum einen, ich merke tatsächlich, dass es zu Leuten, bei denen wir sonst Schwierigkeiten hätten, die zu erreichen, weil sie eben jünger sind, nicht so das typische Fernsehnachrichtenpublikum sind, dass die plötzlich eine neue Bindung zur Sendung kriegen, dass die sich kommunizieren. Ich kriege auch sehr viele Replies, heißen diese Antworten, die man da schickt.